Gehen Sie morgen mit mir ins Café Burda? Freilich. Wann haben Sie Zeit? Passt Ihnen zwei Uhr? Zwei Uhr ist zu früh, dann arbeite ich noch. Wie spät möchten Sie sich treffen? Ist 18 Uhr für Sie in Ordnung? Ja, 18 Uhr ist toll für mich. Ja, 18 Uhr. Ja, 19 Uhr.